Schreibt mal gerne auch in die Kommentare, welchen Flip-Reset ihr am krassesten fandet von den 100. Oh, sehr, sehr geil. Oh, oh mein Gott. Digga, dass der überhaupt noch Boost hat und den letzten Boost, wirklich mit dem allerletzten Boost hat er gerade den Masti noch gemacht. Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir günstige Rocket League Autos und Items kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner rl.exchange vorbei. Schnelle Lieferungen und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Mit meinem Code REAPERS sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Trage jetzt meinen Creator-Code bei REAPERS-Supporten in deinen Rocket League Shop ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 14 Tage neu eintragen. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Peace, Freunde. Was geht ab? Ich bin bei REAPERS und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einem neuen, freshen Rocket League Video hier auf meinem Kanal. Freunde, heute reagieren wir wieder zusammen auf ein richtig cooles Rocket League Video. Und zwar habe ich heute dabei Rocket League Top 100 Flip-Resets. Ja, ich denke mal, jeder weiß, was ein Flip-Reset ist. Falls nicht, ihr werdet es gleich sehen. Lass jetzt schon mal ein Like da. Ich würde mich mega wieder über 300 bis 400 Likes freuen. Und lass auf jeden Fall ein kostenloses Abo da. Schreib mal in die Kommentare, ob du ein Flip-Reset kannst. Ich persönlich kann keinen. Deswegen bin ich mal gespannt, wer aus meiner Community wirklich einen kann. Oder vielleicht schon mal random einen geschafft hat. Ab in die Kommentare damit. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Let's go. Okay, let's go. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ich nochmal ganz kurz anmerken möchte, bevor es jetzt wirklich losgeht. Und zwar kann es sein, dass bei diesem Video wieder mal die Audio stumm geschaltet ist. Also es kann sein, dass ich die Audio quasi, die hier jetzt gerade im Hintergrund läuft, stumm schalten muss. Das liegt halt einfach daran, dass eben YouTube teilweise Copyright-Musik erkennt. Und oftmals wird hier halt leider Copyright-Musik verwendet. Falls es der Fall sein sollte, muss ich die Audio stummen. Dann seht ihr halt nur das Gameplay, kein Audio. Aber dann wisst ihr halt wenigstens, woran es liegt. Weiß ich halt im Endeffekt erst, wenn ich das Ganze auf YouTube hochgeladen habe. Und dann muss ich das halt im Nachhinein bearbeiten. Ich würde sagen, wir schauen mal weiter, nur dass ihr Bescheid wisst. Boah, 100 Flip-Resets, Alter. Die müssen jetzt aber wirklich, die müssen richtig reindonnern. Die müssen richtig krass sein. Oh ja, sehr... Oh ja, der Dinger war schon heiß, war schon heiß, Alter. Wir haben lange keine Reaktion mehr gebracht, Freunde. Ja, stark. Oh, shit, Digger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, shit. Ja, das ist schon krass. Ja, genau, das ist quasi der Flip-Reset. Also wenn man sich quasi einen Flip wiederholt, eben indem man mit allen vieren, äh, also allen vieren Rädern den Ball quasi beurrt, dann hat man wieder einen Flip. Und das heißt eben Flip-Reset, für die, die es nicht wissen. Sieht auf jeden Fall sehr krass aus. Alter, muss man überlegen, 100 Flip-Resets, Digger. Wir sind erst bei sieben. Jungen, wie viele will er eigentlich machen, Mann? Wie viele Flip-Resets waren? Was gerade? Ich habe noch nicht mal einen geschafft. Er macht so fünf in einem einzigen Flug. Eins. Ja, okay. Das war auch krass, Digger. Schon heftig, was hier teilweise angestellt wird. Ja, Mann. Geil, Alter. Keine Ahnung, wie die sich auch immer, oh mein Gott, sein Auto auch hart, nice, ne? Mit Mainframe, Titanweiß und, äh, Titanweiß und Octane. Und wieder Flip-Reset. Und wieder Flip-Reset. Oh mein Gott, lol, Digger. Wie krank war das denn? Und Masti sogar mit dabei. Stabil, Bro. Wir können uns eigentlich auch mal so einen irgendwie Top-100-Masti-Flicks oder so anschauen. Das wäre natürlich auch krass. Oh mein Gott, wie der sich dreht. Oh mein Gott, Digger. Die Gegner komplett hops. Das wäre halt auch schon hart, nice. So einmal 100-Masti-Flicks, Digger. Waren auch Masti-Flicks am Start gewesen. Oh mein Gott, einfach so rückwärts reingemacht. Total crazy. Batman Auto. Das wird auch safe bald wiederkommen, Leute. Könnt ihr euch schon mal, äh, drauf gefasst machen, dass das wiederkommen wird. Oh ja, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Oh, auch stabil, auch stabil. Auch stabil, auch stabil. Oh, nice, Alter. Geil, ich liebe es mir, solche Videos anzugucken. Vor allem das Ding ist, wenn man so oft welche Videos guckt, dann ist es einfach oft, man denkt so, ja man, Alter, ich mach das jetzt auch einfach ab in Rocket League und dann, Digger, man ist in Rocket League verkackt einfach hart. Okay, das Gameplay ist ein bisschen laggy. Was war das denn bitte für ein Flip-Reset, Alter? Alle schreiben WTF. Von so, da ganz hinten. Krank. Krank, krank, krank. Boah, die Musik, ich will die nicht rausmachen müssen, Digger. Die ist total nice. Die passt perfekt zum Video. Ich hoffe wirklich, dass die nicht Copyright ist. Ja, sehr stabil. Ja. Oh mein Gott, was? Wieder Batman-Auto. Oh mein Gott, ist das nice. Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Oh mein Gott. Sehr krass, wirklich, was die da teilweise raushauen. Oh, jetzt sogar Jaser, glaube ich. Oh mein Gott. Wir sind einfach erst bei fucking dem 29. Flip-Reset. Oh mein Gott. Void ist, glaube ich, auch so ein krasser Spieler. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber, der ist auch bekannt. Digger, wie machen die das? Alpha Cap am Start und der Gold Nugget. Total krass. Da lehne ich mich auch erstmal hier ganz entspannt in meinem Gaming-Stuhl zurück. Krank, Alter. Oh mein Gott. Und Flip-Reset. Let's go. Digger. Oh mein Gott, jetzt. Digger, diese Flip-Resets. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich finde es sogar cooler, so ein Video zu gucken, wo wir nicht nur Flip-Resets haben. Weil da halt ein bisschen mehr Abwechslung drin steckt. Hier haben wir halt wirklich jetzt immer meistens dasselbe, gerade bei vor allem 100 Stück drin. Oh, Breezy. Digger, der macht auch, Digger, geisteskranke Sachen, der Typ, Digger. Alleine der Breezy-Flick. Oh mein Gott, Scarab und Whitehead. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Keine Ahnung, wie die den Ball so extrem geil kontrollieren können, ne? Hankovic. Der ist auch krass. Oh shit. Und Flip-Reset. Lol, Alter, wie er den so ins Tor noch getragen hat. Ja, ist schon nice. Ist schon wild. Also wir haben jetzt gleich die Hälfte der Flip-Resets von denen, die wir jetzt hier heute komplett sehen. Boah, 100 ist halt schon hart viel, ne? White Octane auch am Start. Nice. Ja, sehr, sehr nice. Übrigens, an der Stelle nochmal eine kleine kurze Unterbrechung. Und zwar, falls ihr auch einen Titan-Weißen Octane oder irgendwelche Rocket League Autos und Items haben wollt, checkt mal unbedingt die Videobeschreibung ab. Ja, da habe ich Rocket League Exchange verlinkt, mein Partner. Da kriegt ihr alle möglichen Autos und Items und sogar Credits günstiger mit Code Reaper spart ihr noch 3%. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, das Intro am Anfang übersehen leider viele, deswegen wollte ich das hier nochmal anmerken. Aber checkt das Ganze auf jeden Fall aus. Ihr kriegt wirklich hundertprozentig euer Item. Wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, kommt auf meinen Discord. Da habe ich eine extra Challenge dafür und da wird euch auf jeden Fall geholfen. So, weiter geht's. Let's go. Syntax. Plexcule. Also so ein paar Namen kennt man natürlich auch gerade hier den Alpha-Head am Start, glaube ich. Ist natürlich das meiste wahrscheinlich Buckets-Mod und die goldenen Räder hat er auch am Start. Sehr, sehr geil. Oh, nice. Let's go. Oh mein Gott. Mit dem Asti nochmal rein. Boah, das Batman-Auto hätte ich auch total gerne. Ich finde, das Batman-Auto ist auch total nice. Oh mein Gott. So nice, Digga. Schon sehr, sehr geil. Ist schon sehr, sehr geil. Oh mein Gott, nice. Oh mein Gott, nein. Da ist sogar Puls-MK gerade am Start. Auf den haben wir auch schon reagiert. War auch sehr, sehr nice. Digga, was machen die da? Total krank. Realize. Mit dem Octane dribbelt er das Ding jetzt rein. Da ist der Flip-Reset. Alle Hops genommen, Digga. Auch aus dem Puls-Clan. Oh, sehr stark, sehr stark. Ist halt krass. Mich würde echt mal interessieren, ob man auch so, ob es wirklich Spieler gibt, die halt wirklich immer ein Flip-Reset können. Aber ich denke mal schon, jetzt haben wir Squishy am Start. Der ist natürlich sowieso generell einfach ultra, ultra krass. Also ohne Witz, Squishy ist ja auch einer der krassesten überhaupt. Also der hängt ja auch mit allen möglichen ab. Mit Masti und so. Also das ist schon krass, Digga, was wir hier gerade zu sehen bekommen. Also einfach wirklich nur heftig. Boah. Oh mein Gott, das ist so nice zu sehen. Wie einfach das auch einfach geht bei denen. Alle haben auch irgendwie so ein goldenes Outfit irgendwie so. Die goldenen Reifen, goldener Hut. Alles am Start. Die goldene Cap. Diese entspannte Musik einfach dazu. Schreibt mal gerne auch in die Kommentare, welchen Flip-Reset ihr am krassesten fandet von den 100. Ich bin ehrlich, keine Ahnung, Alter. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Weil es sind alle krass. So. Oh mein Gott, Digga, den hatten wir doch schon Instinkt. Der hat so dieses krasse Auto, Alter. Sieht total geisteskrank aus, sein Auto. Und let's go. Nice. Nice. Let's go. Oh mein Gott, wie hat der D-Nender bitte hops genommen? Nein. Nein, er fliegt rückwärts. Und jetzt macht er den auch noch rein. Ja, was soll man dazu sagen, Alter? Und wieder Whitehead am Start. Und wieder Whitehead am Start. Oh, sehr, sehr geil. Oh, oh mein Gott. Digga, dass der überhaupt noch Boost hat. Und den letzten Boost, wo ich mit dem allerletzten Boost hatte, gerade den Masti noch gemacht. Und Flip Reset. Jawohl. Nice. Digga, der Instinkt ist total krass. Ich sehe das die ganze Zeit. Der ist die ganze Zeit am Start, dieser Instinkt-Typ. Boah, auch schön gemacht. Boah, sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Oh, lol, Digga, der... Alter, Breezy hat so einen Insane-Bump da rausgehauen gerade. Geisteskrank, Alter. Geisteskrank. Oh, Garrett G, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, shit, nice. Krass, krass. Oh, lol, Hoops. Erster Hoops Flip Reset jetzt am Start. Oh mein Gott, nice. Digga, Hoops auch so ein geiler Modus einfach. Oh mein Gott. Nice, Digga. Was sie hier rausballern, das ist so... Keine Ahnung, ich habe das alles noch nicht geschafft mit diesen ganzen Flip Resets, obwohl ich schon so lange Rocklist spiele. So, jetzt die letzten zehn Flip Resets. Da haben wir uns gerade wirklich 100 Clips angeguckt. Wir haben uns gerade 100 Flip Resets gleich angeguckt. Das ist so geisteskrank, Alter. Ja, Breezy, da brauchen wir nicht drüber reden. Der ist komplett gestört. Oh mein Gott. Naja, der Gegner kann halt auch einfach gar nichts machen. Junge, what the fuck? Wie kann der das Auto so kontrollieren? Letzten fünf Flip Resets. Heute mal wieder ein etwas längeres Video, weil das Video an sich geht halt schon sehr, sehr lange. Krass, Alter. Oh mein Gott. Oh shit, Alter. Letzter Flip Reset. Justin macht ihn. Einer der krassesten Spieler auch überhaupt. Und damit ist das Video jetzt wahrscheinlich vorbei. Ne, lol, Bonus. Es gibt noch einen Bonus. Digga, was haben wir uns hier gerade für ein langes Video angeguckt? Lol, what the fuck? Was macht der da? Einfach so 10.000 Flip Resets. Lol, wie kann er den Wagen so kontrollieren? Wie auch immer das ist, das ist krass. Das ist sehr, sehr krass. Das ist sehr, sehr krass. Oh mein Gott, Alter. Digga, wer ist denn das? Der Typ ist ja total gestört. Oh, Bonus 3 Squishy. Lol, hä, wie viel Bonus kommt denn hier jetzt noch? Okay, nicht mehr viel. Einfach Bonusmaterial. Ja, okay, den fand ich jetzt nicht so übelst krass. Ja, vote for your favorite. Ja, schreibt mal in die Kommentare, welche ihr am krassesten fandet. Lasst mal ein Like da, wenn euch das Ganze hier heute gefallen hat. Ja, checkt unbedingt meinen Partner Rocket League Exchange aus. Lasst ein kostenlos Abo da. War auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Video. Waren coole Flip Resets dabei. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, welchen ich jetzt am krassesten fand von den ganzen 100 Stück. Weil es waren schon viele Clips, ja. Also es waren sehr, sehr viele Clips, ja. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt schon mal ein Flip Reset gemacht. Euer Barry Foss. Yo. Ciao, ciao. Outro Outro